Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem Video hier auf diesem Kanal. Ich hatte gerade eben schon eine Aufnahme gemacht, komplett durchgesprochen, komplett fertig und dann merke ich beim Bearbeiten, hm, da fehlt was, der Ton. Wo ist der scheiß Ton hin? Ja, ich habe einfach so lange nicht mehr aufgenommen, dass es anscheinend meine ganzen Einstellungen, fucksch, egal. Ähm, ja. Einfach ein kurzer Ausraster, musste mal sein. Ich bin froh, endlich wieder zurück zu sein und kann jetzt endlich wieder neue Videos drehen. Und dazu einfach erstmal die Ansage, es war einfach verdammt viel los. In meinem vorhergehenden Job habe ich Überstunden am Mast geschoben, obwohl halt Corona ist und dementsprechend eigentlich die meisten Leute eher in Kurzarbeit gehen und so. Aber nein, ich durfte Überstunden schieben und, ähm, ja, war uncool. Aber wie ich schon sagte, es war mein vorhergehender Job. Ich hatte einen Jobwechsel, hab also, ähm, ja, einfach einen neuen Job. So, dementsprechend auch so ein bisschen neuen, neuen Job. Also, hab jetzt, äh, nicht mehr wie früher Softwareentwicklung und dann auch noch regelrecht Projektleitung und ähnliches dran, sondern einfach nur noch ganz normale, stupide Softwareentwicklung. Ich muss mich jetzt um nicht mehr wirklich viel kümmern und, äh, programmiere einfach nur noch das, was mir gesagt wird. Was eigentlich ziemlich angenehm ist, muss ich zugeben. Also, ist ein bisschen eine neue Art des Programmierens. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich cool. Und, äh, ja, ich programmiere mit Kotlin. Falls euch das was sagt, das ist eine eher neue Programmiersprache. Die gibt es noch nicht so lange. Und die ist quasi wie Java, bloß in besser. Also, äh, das Grundkonzept, äh, basiert im Prinzip auf Java, aber ist halt eine etwas angenehme, angenehme zu schreibende Sprache, würde ich sagen. Also, ähm, kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen, wer Java kennt, der weiß, dass Java nicht gerade geil zu schreiben ist. Und, äh, im Gegensatz zu Kotlin schreibt man dann halt einfach so hunderttausende, also hunderte oder tausende Zeilen mehr Code als in Kotlin. Das, ähm, für dieselbe Funktionalität, das ist ganz angenehm, dass man da halt einfach weniger schreiben muss. Und sich auch einfach sehr viel Code generieren lassen kann und ähnliches. Gibt es sehr interessante Funktionen, äh, kann ich nur empfehlen für alle, die keine Ahnung haben, was Java ist. Äh, für die kann ich nur sagen, schaut meinen Kanal, schaut andere Kanäle, irgendwann werdet ihr über das Thema schon mal stoßen. Das, ähm, ist eine der bekanntesten Programmiersprachen und dementsprechend sollte man mal davon gehört haben. Wenn ihr das noch nicht habt, dann seid ihr wohl ziemlich, äh, krasse Anfänger, also habt ihr auch nie irgendwie programmiert oder ähnliches. Dann lernt erst mal ein bisschen was, dann versteht ihr schon, was ich meine. Dass, ähm, ja, einfach ein paar Videos gucken und, äh, ein bisschen anfangen programmieren zu lernen. Dann werdet ihr schon so ein bisschen die Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen lernen. Dass manche halt ein bisschen mehr Code erfordern für dieselbe Funktionalität wie andere Sprachen. Äh, äh, C-Sharp und Java sind jetzt nicht ganz so weit auseinander, aber, ähm, C-Sharp ist da noch irgendwo angenehmer. Dementsprechend fangt erst mal mit C-Sharp an. Das ist wahrscheinlich das Beste. Aber wie auch immer, das, äh, erst mal zu dem Thema. Bei mir war halt allgemein verdammt viel los und dementsprechend konnte ich leider keine Videos machen. Aber jetzt geht es endlich wieder los und, ähm, ich werde erst mal so einmal die Woche hier ein Video posten. Ist einfach dem geschuldet, dass ich mir überlegt habe, das hier ist ja ein Tutorial-Kanal. Und dementsprechend möchte ich hier nicht irgendwie die Sachen vermischen. Hier bleiben erst mal hauptsächlich Tutorials, beziehungsweise, ja, halt auch Erklärungen zu bestimmten Thematiken, wie zum Beispiel, äh, ja, Grundkonzepte, die ihr dann am Ende aufs Programmieren anwenden könnt und so weiter. Und daneben mache ich sogar noch zwei neue Kanäle auf. Ähm, muss mal gucken, wie ich die dann am ehesten betreibe. Der eine Kanal ist halt dafür gedacht, einfach so ein bisschen Quatsch-Videos zu machen, ähm, halt so ein bisschen wie das, was ich gerade eben mache, bloß halt auf sinnvolle Themen und nicht einfach über mich oder ähnliches. Und, äh, halt dann zum Thema, ähm, ja, Spieleentwicklung, was hat sich verändert, ähm, die und die Spiele vielleicht mal ein bisschen reviewen oder ähnliches. Einfach mal gucken, ähm, wie sind da die Spielmechaniken und so weiter. Und der zweite Kanal, da möchte ich einfach so ein bisschen wieder back to basics gehen. Ich habe früher Let's Plays gemacht, hat mir immer sehr Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ich war in letzter Zeit viel zu viel auf dieser Entwicklerschiene unterwegs. Ich habe viel zu viel programmiert und habe viel zu viel einfach, ähm, ja, dieses ganze Spielen beiseite gelassen. Allerdings sollte man als guter Spieleentwickler, das heißt, wenn ihr hier Spiele entwickeln möchtet, solltet ihr immer wieder Spiele spielen. Einfach mal schauen, was macht die Konkurrenz, falls, äh, ihr überhaupt von Konkurrenz sprechen könnt, denn sie werden euch wahrscheinlich weniger als Konkurrenz ansehen, wenn ihr gerade noch Entwicklungsanfänger seid. Und, äh, einfach mal schauen, wie werden verschiedene Spielmechaniken umgesetzt, wie werden verschiedene Funktionen in einem Spiel irgendwie angewendet, was ist gut, was ist schlecht, womit fühlt ihr euch selbst wohl, beziehungsweise, was findet ihr vielleicht in dem Spiel besser als in dem und einfach mal wieder nachschauen, wie könnte man es besser machen. Einfach immer sich die Frage stellen, bei der und der Kampfsituation, was wäre jetzt vielleicht besser gewesen, hätte ich vielleicht irgendwo anders vielleicht lieber gedrückt, damit das und das passiert oder ein paar Tastendrucke weniger oder ähnliches, dass ihr einfach mal schaut, was wäre interessant und was nicht. Und ich möchte da halt einfach mal so die neuesten Spiele anspielen, beziehungsweise vielleicht auch durchspielen, je nachdem, wie viel Zeit und Lust dann da ist. Ich werde auf dem Let's Play-Kanal erstmal anfangen mit, ja, so Sachen wie Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 und ein bisschen Minecraft, einfach so zwischendurch, weil immer nur so diese übelst krassen Storytelling-Spiele, wo ich dann fast nichts sage, ist dann auch ein bisschen doof und dementsprechend einfach auch nebenbei ein bisschen Minecraft ein bisschen gestalterisch so ausleben, ist auf keinen Fall falsch und ja, da werde ich dann versuchen, einfach so ein sieben Mal die Woche zu posten, also jeden Tag und das dann halt so 30 Minuten Video ist, wenn man sowieso einfach nur zockt, jetzt nicht so krass schwer wie irgendwie so ein Tutorial-Video, wo man sich vorher überlegen muss, wie sollte der Code aussehen, weiß ich selber überhaupt, wie ich das umsetze und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, dementsprechend ist es wesentlich einfacher Tutorial, wesentlich einfacher Let's Plays zu drehen, als irgendwelche Tutorial-Videos. Natürlich der andere Kanal, wo ich dann halt diese Quatsch-Videos mache, wo ich mich auch mal erstmal in die Thematik einarbeiten muss oder ähnliches. Oder, na gut, wenn ich irgendwo nur meine Meinung dazu gebe, da ist es vielleicht ein bisschen leichter, muss ich aber trotzdem irgendwo erstmal mir eine Meinung gebildet haben, dementsprechend ist es so oder so ein bisschen mehr Arbeit als halt einfach Let's Plays. Da werde ich mal schauen, wie es dann halt läuft, beziehungsweise werde ich vielleicht dann auch versuchen, auf Plum & Productions vielleicht wieder zwei Videos die Woche hinzukriegen. Das werden wir dann einfach sehen. Ich werde es jetzt erstmal so ein bisschen vorbereiten und dann natürlich laufen lassen. Und ich werde auch hier dann natürlich neueste Sachen ansprechen, unter anderem die High Definition Render Pipeline. Dann kommen wir auch zur REST-RPE und MySQL-Datenbank und ähnliches. Was das Ganze bedeutet, wenn ihr es noch nie gehört habt, lasst euch ein bisschen überraschen. Gerade zum Thema REST-RPE habe ich in letzter Zeit selber sehr viel auf Arbeit auch programmieren müssen. Und dementsprechend dachte ich mir, wäre eigentlich auch für ein Spiel natürlich sehr interessant. Und wollte da einfach mal ein bisschen ansetzen und euch einfach mal zeigen, was kann man da machen. Zum Beispiel könnte man dann so Bestenlisten oder so einfach aus dem Internet runterziehen. Das heißt, man kann das perfekt synchronisieren und so weiter. Und ja, das wäre natürlich auch schon mal was ziemlich cooles für eure App oder ähnliches, wo man das dann mit einbinden könnte. Außerdem kann man dann das Ganze noch weiter treiben und verschiedene neue Assets, Monster oder ähnliches dann halt aus dem Internet einfach runterziehen. Was bestimmt ziemlich cool wäre für eure Updates oder ähnliches, wo ihr halt mal irgendwie neu balancen müsst oder ähnliches stärken oder ähnliches. Ja, das erstmal zu den zukünftigen Themen. Ich werde natürlich auch noch ein kleines Video dazu machen, was ich für einen neuen Rechner bekomme. Denn ich muss mir mal endlich neuen Rechner zulegen. Meiner ist jetzt fünf Jahre alt oder so. Und dementsprechend ist es einfach mal wieder Zeit. Außerdem neuer Job, bisschen mehr Gehalt. Dementsprechend gibt es dann jetzt einfach mal einen neuen. Und da werde ich euch einfach mal zeigen, was ich da so reinhaue. Einfach damit ihr mal sehen könnt, auf was für eine Entwicklungsumgebung ich so arbeite. Und ihr halt einfach mal so eine Vorstellung habt. Einfach mit was könnte man dann arbeiten oder wie baue ich meinen nächsten PC zusammen. Weil der von diesem Kerl da, von diesen komischen Tutorials, der ist ja eigentlich ganz geil. Zugegeben, ich werde mir jetzt nicht den ultra krassen, wunderschönen Case-PC da holen. Denn für mich ist ein PC, was einfach Leistung bringen soll. Es soll nicht übelst krass aussehen. Das kann von mir aus ein schwarzer Klotz unterm Schreibtisch sein. Aber es soll halt Leistung bringen. Und dementsprechend baue ich den so, dass er gut gekühlt wird und natürlich gute Hardware hat. Aber an sich ist es dann halt nicht irgendwie bei, keine Ahnung, irgendwelchen Case-Modern oder sowas, dass da übelst krasse Farben oder ähnliches draus kommen. Und ich gucke mir das Ding normalerweise nie an. Ich will bloß, dass es läuft und ordentlich Power hat. Und möglichst leise ist, wenn es geht, damit es mich so nervt. Ja, aber ich werde es euch einfach mal zeigen. Denn ich habe letztens gemerkt, als ich so ein Projekt von der High Definition Render Pipeline gebaut habe, da hat es doch ein bisschen gedauert. Vor allen Dingen hat es mir alle meine Kerne von der CPU bis auf 100% ausgelastet. Und das natürlich für eine ganze Weile. Und dementsprechend werde ich einfach mal bessere CPU brauchen, bessere Grafikkarte und so weiter. Das wird dann alles kommen. Und da werde ich euch einfach mal zeigen, wie das dann so aussieht. Ja, außerdem im Großen und Ganzen gibt es immer noch meine Kurse. Die haben sich nicht wirklich verändert. Es sind immer noch drei Stück. Zum einen habe ich einmal den Kurs, einfach wie mache ich eine Low-Poly-Landschaft, so ein bisschen. Das heißt, jedes einzelne Blender-Objekt, was ich dort verwende, zeige ich, wie man das erstellt. Ich zeige euch verschiedene Arten, wie man das halt aufbaut und ähnliches. Und vor allen Dingen zeige ich dann auch, wie man das Ganze in Unity ordentlich einbaut, damit man da eine richtig schöne Spielszene draus machen kann. Außerdem habe ich einen Kurs zum Thema Touch-Input für Handyspiele und ähnliches. Halt für Unity, wie man da verschiedene Touch-Arten abfangen kann und ähnliches. Einfach mal gesammelt als Information für euch, damit ihr da halt für eure Projekte irgendwas einsetzen könnt. Und auch mit ein paar Beispielen dazu. Einfach mal anschauen, wenn ihr das Geld übrig habt. Und natürlich, weil auf YouTube bei mir natürlich das mit dem Schneiden und ordentlicher Ton und so, hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt. Also viel schneiden tue ich immer noch nicht. Aber ich muss natürlich auch sehr viel nebenbei, hat sich bei mir sehr viel im Ton natürlich auch verändert. Habe natürlich irgendwann ein tolles, teureres Mikro mir geholt und vor allen Dingen besseres. Und da dachte ich mir, ich nehme einfach nochmal so mein anfängliches Tutorial, mache das nochmal in ordentlich, auch mit Dingen, die ich im Laufe der Zeit natürlich selber gelernt habe. Denn ich habe ja nicht als wirklich absoluter Pro angefangen mit den Tutorials, sondern halt schon als fortgeschrittener, aber noch nicht der absolut perfekte Unity-Experte. Habe das dann natürlich nochmal ein bisschen aufbereitet in neuer Form und ein bisschen schöner. Und ja, auch ein Kurs, den ihr euch holen könnt. Wenn ihr das macht, unterstützt ihr mich natürlich damit auf jeden Fall sehr. Ich denke, solche Kurse sind meiner Meinung nach auch wesentlich besser als irgendwelche Patreon-Sachen oder so, wo ihr halt nicht wirklich viel von habt. Ich will, wenn, dann immer auch euch irgendwas dafür zurückgeben, dafür, dass ihr mich auf meinem Kanal halt unterstützt. Und dementsprechend bekommt ihr von mir halt dann so einen ordentlichen Kurs, als irgendwie, ja, gar nichts. Irgendwelche hübschen Bildchen oder sowas. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu doof. Und außerdem, wo wir gerade zum Thema, beim Thema Unterstützen sind, es wurde natürlich im Laufe der Zeit immer wieder angefragt, ob diese ganzen Blender-Modelle und sowas, die ich halt, ja, immer mal wieder erstelle, vielleicht auch irgendwie für euch zugänglich sind. Dazu natürlich habe ich einen Webshop erstellt. Lasst euch erstmal nicht von dem Namen Webshop verwirren. Ihr kriegt dort alle meine Objekte, die ich wirklich in meinem Video zeige, wie ich sie erstelle, einfach kostenlos. Ihr könnt sie euch kostenlos runterladen. Und, ja, dann, ihr müsst euch einfach bloß dort registrieren. Das geht ziemlich schnell, da müsst ihr eigentlich nicht wirklich viel angeben. Und dann könnt ihr dauerhaft mit eurem Account die ganzen kostenlosen Sachen einfach euch runterladen. Ist ganz praktisch. Die bleiben dann einfach in eurer Bibliothek, wenn ihr einmal dort für 0 Euro gekauft habt. Und, ja, mehr müsst ihr da eigentlich auch nicht tun. Außerdem gibt es dann natürlich auch kostenpflichtige Sachen. Das heißt, ihr könnt halt, wenn ihr einfach seht, da ist ein schönes Objekt oder so, was ihr in euren Spielen verwenden möchtet, ihr könnt das verwenden, wie ihr möchtet. Außer natürlich weiterverkaufen, das solltet ihr nicht. Aber ihr könnt natürlich ein Spiel entwickeln, wo das verwendet wird und das Spiel dann verkaufen. Das ist kein Ding. Ja, ihr könnt einfach dann diese Sachen einfach verwenden. Ich habe da von Möbeln über Waffen über alles Mögliche einfach dort mit hochgeladen. Allerdings ist noch nicht alles oben. Ich habe noch sehr viel auf der Platte. Das dauert einfach sehr, sehr lange, weil du musst jedes Mal neue Bilder davon machen und verschiedene andere Texte schreiben, die Grafiken aufbereiten und so weiter. Das dauert einfach ein bisschen. Und dementsprechend bin ich da einfach noch nicht so hundertprozentig weit gekommen. Aber es ist schon einiges oben und schon einiges kostenlos runterladbar. Also, wenn ihr Bock habt, ich blende das hier ein. Denn dementsprechend könnt ihr einfach mal nachschauen, ob es euch vielleicht interessiert. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich dachte mir, wenn ihr halt mal einfach ein paar Objekte braucht zum Testen oder Ähnliches, könnt ihr einfach die von mir entwickelten Sachen benutzen. Die sind teilweise leider noch auf Blender 2.7 Version. Also, ich habe sie in der 2.8 Version hochgeladen, aber immer noch im 2.7 Style. Ist ein bisschen eigenartig. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall nutzbar. Und ich habe dann halt solche Sachen wie Kamera und Licht schon entfernt, sodass ihr das direkt in eure Unity-Umgebung reinschmeißen könnt. Ihr könnt nicht, die meisten Sachen sind halt noch Blender-Dateien, sind dann auch FBX-Dateien und Wavefront und so weiter. Also, in unterschiedlichen Exportstufen ist das auf jeden Fall mit drin. Steht dann auch immer dabei. Dabei, wie groß die Datei ist, steht auch da, wie viele Vertices dafür verwendet wurden. Da könnt ihr dann auch direkt gucken, ist das für meine Spielart überhaupt optimiert oder Ähnliches. Oder ist das halt so ein übelstes, hochrealistisches Objekt, was dann vielleicht nicht unbedingt für ein Spiel geeignet ist, aber vielleicht für irgendeinen coolen Trailer oder Ähnliches. Da müsst ihr dann einfach mal schauen, wie es für euch am besten passt. Ob ihr das Ganze so haben wollt oder halt nicht. Dann müsst ihr es halt nicht kaufen oder runterladen, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Und habe ich alles erzählt, weil die neuen Kanäle, die Kurse, was ich so mache. Ja, sollte alles gewesen sein. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. Da werde ich dann auch mal über Unity 2021.1 sprechen. Das ist die neueste Unity-Version, die jetzt gerade runtergeladen werden kann. Und die nicht mehr in der Beta oder Alpha oder sonst irgendwas ist, sondern halt ein wirklich ordentlicher Release. Hat natürlich hier und da noch ein paar Macken. Müsst ihr mal gucken, steht dann auch in den Beschreibungen drin. Aber wie gesagt, alles dazu kommt dann im nächsten Video. Das ist sogar schon gedreht, witzigerweise, aber kommt dann erst nach diesem Video. Ja, das sollte es dann auch erstmal gewesen sein für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.